Und dann schiebe ich in meinen Pantlen. Nein! Du kannst mich nicht aufhören, du verdammte Bitch! Du kannst mich nicht aufhören, weil... Du kannst nicht aufhören... Es ist da, wo die ganzen Stöcke gelagert werden. Im Stocklager. Hier sind die Baumstumpflager. Wie ist dieses Haus gebaut? Wer mag das gebaut haben? Ein Behinderter vielleicht? Look at this. Look at this. Wahrscheinlich muss ich dir irgendwas einführen. Physik ist ganz nett, irgendwie, von dem Spiel. Ist gar nicht so schlecht, wie es aussieht. Ist nicht so schlecht, wie es aussieht. Da können wir doch bestimmt hoch. Das sehe ich doch anhand dieses Spiels. Sehe ich das sofort, instant, wenn man so will. Oh, ja. Ich wollte vorhin schon sagen, Kann ich bitte mal eine Taschenlampe haben? Bis jetzt geht's ja noch, dieser Puzzle-Kram. Super. Man kann sich verstecken. Blöd. Das heißt, ich muss mich gleich verstecken. Ah! I got you! Please don't! I got you! I really... I got you, please don't! Chhhh! Wo sind die Spackos? Ah! Fuck! Ja! Ha! Make sure the exit gate is open before I isolate him the mail. Okay, das ist mir scheißegal, ich muss kaputt. Wup! Shit shit shit! Ah, leg! Ja, Gott, das ist zum Kotzen mit dieser Scheiß, mit diesem verfickten Gate. Jedes Mal bleibe ich da hängen. Ich glaube jetzt habe ich es, das ist ein Run. Was!? Klar schon, klar schon, klar schon, klar, 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 klar. Nein, 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 nein. Ja, okay. Ah, ein Tennis-Witch's five times. Wisst ihr was? Wisst ihr wer ein Vorteil ist? Wer klar ein Vorteil ist? Wer lesen kann. Viel Spaß, Killer. bei dem Hurensöhnigen Auftrag, durch dieses Scheiß-Ding Geld zu kommen. Danke, Killer. Versuch Nummer 1. Versuch Nummer 2. Versuch Nummer 3. Versuch Nummer 4. Gegen die Wand gesprungen. Killer und der Scheiß-Leveler, ey. Ich flipp aus. Was war das jetzt? 5? War das jetzt der 5. Versuch? Ja, ne? 6. Versuch Nummer 6. Gut, gut. 7. Ja! Im 8. Versuch. Scheiße, also 1, 2... You can't hit me, bitch. You can't hit me. Ähm. Nein! Hallo? Ich glaube, ich werde sterben. Ich denke, du bist tot. Ich denke, du bist nichts, aber eine Erinnerung zu mir. Du wißt, was? Du denkst, du wirst aus meiner Leben rauskommen, aber du bist nicht. Boah, jetzt habe ich gerade schon ein bisschen Angst. Also, es war ein bisschen unangenehm. Halo, Halo. In der Bibliothek. Gleich kommen die... Gleich kommen die Ding. Ich schlubber. Wo in der fuck du bist, Anthony? I give up. Just do whatever you want. Just finish it. Do you have any idea, how perverted that sounded? Just do it. Fuck no! Oh! Fuck me! Fuck you! Fuck you! Das erinnert mich jetzt doch ein bisschen an Stanleys Parabel hier. Du Stanley Parabel, wisch? Parabel. Oh, easy. Die ganzen Paintings wiederholen, ab in den Müll, anzünden, abwarten. The White Pawn's death wraps you in Valor. With Valor comes responsibility. And with responsibility, you sacrifice for the sake of others. I wanted to kill you, Anthony. You were pathetic to me. But seeing how much you care for others, I now respect you. I now respect you too, brother. Määäh. Ich sag's mal so. Ja, dann geh ich jetzt hier durch. Also ich bin schon leicht geschädigt durch Kaiser Mario, aber was ist hier denn los? You turned me on, Anthony. You know that? Let's just get this over with. Sweetie, name me something sweet. Wait, how is this relevant? Give me something. Like what? Anything. What do you mean? Anthony, I've got a fucking gun name that you, if you don't type out what dopees make. I'm having you for lunch, after a dirty... I'm gonna fuck you up. I'm gonna fuck you up. Five, wait, but no, one with... Aua. Five, wait, but no, one with... Fuck man, was soll ich machen? Okay, nochmal. No, uh... Wait... Scheiße, er will, dass ich ihn... also... only if you can type Irrl. Also, nochmal genauer zuhören. Du bist so süß. Schmetterling. Schmetterling! Schmetterling! Ist das nicht was süßes? Kleiner Schmetterling? Wie Mensch. Five, four, one with... Aber, aber ich kann ja auch nicht steuern, was er sagt. Hallo. Erstens mal, hat der Protagonist wirklich eine sehr coole Stimme und zweitens sind plötzlich alle Teller weg. Und die Wubusela. I'm gonna fuck you up, bitch! Ich bin gerade stark überfragt, was ich hier machen soll. Ich kann da nichts machen. Mann, so ein Spast. What dopees make? I'm having you for lunch. What bees make? Honey? Honey? Honig? Fuck you up, I'm gonna fuck you up. Five, four, one. Honey. That's right, sugar honey. And what's honey without Anthony? Ich hab einfach Honey eingegeben, wenn er gelabert hat. Huah!